ich bleibe bei meiner entscheidung ich könnte auch die 50 ringe bezahlen da hätte ich bei dem händler was gut und würde erst mal das hier um blutig lösen weil ich will ja noch mal ich mir mal dann ihren anführer vorknöpfen also ja hier die ringe vor allem weil ich jetzt im augenblick keinen gunstverlust bei der bruderschaft haben möchte nur weil ich jetzt den wegzolleintreiber der nur befehle entgegennimmt abmurkse auch wenn er die befehle ziemlich freudig entgegenzunehmen scheint dankeschön schicksals bin du hast eine wirklich gute tat verbracht astor verneigt sich dramatisch er wendet sich weder dem soldaten zu und droge grobian geh aus dem weg und lass mich passieren will verneigt sich übertrieben dramatisch und lässt astor passieren aber natürlich doch er hebt einen gewaltigen hammer und hält es da auf indem er ihm die waffe an die brust drückt aber händler bei der rückpreise hast du hoffentlich ein paar ringe dabei dein freund wird wohl nicht nur ein zweites mal hier sein um dir aus der patsche zu helfen er grinst nimmt seinen hammer und nimmt seinen hammer weg und bedeutet astor weiter zu gehen gut so haben wir uns in unserer eigenen kolonie sag ich mal uns erstmal ein bisschen mehr gunst verdient weil wir sind ja verliert hier ans kreuz und verantwortlich für es sind ja glaube ich guberneur oder sowas jedenfalls haben wir die aufsicht dort weg hat wieder auf seinen post zurück und mustert dich seine freundlichkeit ist verschwunden ein schicksals bin der unsere eke der welt wer hätte gedacht dass so etwas hier passiert er spuckt sich zwischen die füße und tritt den fleck damit seinem stiefel in die erde ich danke dir zwar für deine hilfe mit diesem händler aber ich fürchte ich kann dich nicht passieren lassen wirst du mit unserem anführer rette man gesprochen hast ich dachte er wäre verrückt als er sagte du wirst nach kritik ans kreuzung kommen offenbar schuldig ihm ein paar ringe er schüttelt den beutel der um seinen hals hängt so dass die ringe darin melodisch klimpern nicht dass es davon zu wenig gegeben bin dagegen was kann dieser bescheidene diener der bruderschaft für die tun schicksalsbinder und ich bitte mich nicht passieren zu lassen denn das wird nicht geschehen dieser lächerliche abschaffung sondern bedarf einer lektion den schmerz und gehorsam erlaube mir ihn zu unterrichten danke aber das schaffe ich alleine wenn du den weg zwar nicht bezahlen möchtest kann ich dir gerne zeigen woher du gekommen bist weißt du es allein nicht findest denn ich kann dich nicht passieren lassen meine position bedeutet also nichts ja marsch der welt nein deine mission bedeutet hier so viel wie eine nutte in einem wie eine nutte 1 minuten erstreckt seine linke hand aus und tippt sich mit dem rechten zeigefinger auf die handfläche gilt bedeutet uns etwas wo finde ich rette man wer ist rette man wer ist wissen wir eigentlich lacht kurz nur seine frage mit 100 antworten die einfach so lautet er ist momentan der anführer der brossenden bruderschaft wenn du mehr wissen willst solltest du ihm suchen und mit ihm sprechen momentan der anführer und ja da für den brossenden bruderschaft zu sein ist nicht unbedingt eine lebenslange aufgabe will stockt und russet die stirn nein eigentlich ist es genau das es ist so wenn jemand die autorität das aktuelle anführung für sich beanspruchen will kann er das jederzeit tun natürlich ist das eine herausforderung und eine solche herausforderung endet immer mit dem tod eines der beteiligten oder mehrere rette mann hat eine nacht in den altmauern überlebt das hatte den meisten brüdern als beweis gereicht dass er der richtige mann für den posten ist und wo finde ich ihn er dort nach süden est dort drüben und durchsucht die leichen von ein paar soldaten von kyros das heißt er ist gerade gut gelaunt er blinzelt jetzt so bei den ganzen leichen schäfer vermutlich im siebten himmel die farbe weicht ihm aus dem gesicht sobald die worte seine lippen verlassen haben werde erzählen nicht dass ich das gesagt habe ich spreche mit rette mann er lacht ich zähle die sekunden bis zu deiner rückkehr oder kommt er ja sogar schon während du mit will sprichst entfernt sich ein auffälliger mann mit hebel und haarschopf von seiner gruppe männer die im süden leichen erschlagen und soldaten untersuchen und kommt auf dich zu währenddessen beobachtet er dich kontrolliere ich auf seinen kantigen gesicht macht sich abscheubereit und da kommt jetzt schicksalsbinder er gibt sich keine mühe den wiss feiner seiner stimme zu verbergen ich wusste dass wir dich sehen würden ich wusste nur nicht wann und da haben wir zorn bei der bruderschaft wie viel vor genug um das auf stufe eins zu bringen war eine reise nach lithians kreuzung noch nicht genug eroberungsentscheidung die brossene bruderschaft stellte die unbesprünglichen bewahrung von lithians kreuzung sie übergaben die kontrolle jedoch in kyrostrom und blieben als unterstützung zurück mit der zeitzeit sie sich zu schlecht organisiert um den frieden zu warnen du hast die siedlung an die geschmähten übergeben mit dem vertrauen dass sie dank ihrer disziplin die ordnung aufrechterhalten können die soldaten der bruderschaft erfinden das als große ungerechtigkeit ja und ja ich bin gouverneur da steht es nämlich war eine reise nach lithians kreuzung noch nicht genug gouverneur er versucht gar nicht erst die verachtung in seiner stimme zu verbergen musstest unbedingt zurückkehren auch wenn du auch wenn ich niemand darum gebeten hat hat es noch nicht gereicht mich aus meinem zu hause zu werfen bist du hier mein leben noch ein bisschen mehr aus der bahn zu werfen erblickt zu seinen männern die inne gehalten haben um die unterhaltung zu verfolgen ihr seid noch nicht fertig er machte eine handbewegung in ihre richtung worauf sie mit ihrer suche fortfahren es spielt eigentlich keine rolle warum du hier bist es ist mir egal ich habe mich um wichtigere angelegenheiten zu kümmern ich heiße rettumon falls du es schon wieder vergessen hast erstbruder rettumon der anführer der brossenen bruderschaft aber das weißt du sicher bereits ich konnte nicht übersehen wie du hier mit will und dieser fahrenden händlerin gesprochen hast kann kaum ein anblick hier schon steckst du deine nase kaum ein augenblick hier schon steckst du deine nase in sachen die nichts angehen ich mag es nicht wenn andere leute in mein teritum eindringen schicksalsbinder ich sagte ihm dass er mit dir sprechen müsste rettumon er wollte durch aber das habe ich nicht erlaubt wenn du mir das entsprechende signal nicht gibst wird der schicksalsbinder nicht nach die tier als kreuzung hineinkommen niemand wird in dein territorium eindringen rettumon will einen augenblick lang mit gespitzten lippen an dann fährt er sofort fährt er vor dass hätte will niemals gesprochen apropos was hatte will be zu sagen er blickt nach nord wo will be steht und euch beide genau beobachtet hat sie schon angefangen deine meinung über mich mit lügen zu vergiften sie und ich werden uns bald unterhalten es geht nicht dass meine meine erstachs mich ohne unterlass untergräbt ich weiß dass sie auf meine stellung aus ist so der kann ich ihr gern verhelfen ich kann ich nämlich jetzt schon nicht leiden sei vorsichtig solange du gast in meinem land bist wenn du kommst du noch mehr ärger zu machen wir sind gut gerüstet und werden alles tun um unser rechtmäßiges eigentum zu verteidigen erdeulich mit einer ausladenden geste seines armes auf die umlügende landschaft wildby und ich sind vielleicht nicht immer einer meinung aber zumindest diesen punkt sind wir es wenn du deine grenzen überschreitest werde ich dich werden wir dich maßregeln seine augen verhängen sich und neigen sich zu dir du bist hier nicht willkommen jetzt sag mir was du willst oder geh achte lieber auf deinen tun wenn du mit einem schicksalsbinder sprichst rettum und lacht humolos kurs drum und schärmen mich nicht ich habe die belohung für meine dualität bereits erhalten und ich werde diesen fehlerlich noch einmal beginnen ihr habt mir mein zuhause genommen aber ich hole es mir zurück ich kuschel nicht wenn du deine stimme gegen mich erhebst schoßhund warum verlangst warum verlangt ihr einen wegzoll von reisenden aus dem eisen fahrt ich wüsste ich wüsste nicht dass dich die angelegenheit der buddenschaft nicht was dich die angelegenheiten der buddenschaft angehen schicksalsbinder nur soviel der wegzoll ermöglicht es uns das gebiet um und rund um mit hans kreuzung sicher zu halten wir verdienen einen lohnt für unsere arbeit und wir nehmen ihn uns ich bin in deinem land nicht willkommen das ist nicht länger dein land und noch mehr zorn ob dieser ganz ist die ist der verbotene und ist der vorbot eines tiefenfalls schicksalsbinder im moment mag ich nicht die kontrolle über lindians kreuzung haben aber wir wissen beide dass der besitz flüchtig ist lindians kreuzung ist meine heimat und eine eingebildete kontrolle über unser land ändert die tatsache nicht was kannst du mir über deine bruderschaft sagen wir sind eine bescheidene gruppe mit langer edler tradition die auf der seite des rechts und der ehre steht rettung von uns stimme fühlt sich mit stolz wenn es ein unrecht gibt dann das zu geben das zu beheben gilt ruft man uns klingt das wert ja auf richtige bürger wir haben ein bisschen kunst ja das sind vier schicksalsbinder rettung und grinsbreit schön dass du uns mal dass uns endlich mal jemand als das sieht was wir sind ja die schnauze voll davon dass wir immer als zähler bezeichnet werden wir werden für unsere arbeit bezahlt und wir müssen auch überleben was kannst du mir über deinen leibwächter will be erzählen er wirft einen blick nach norden ich hatte so große hoffnungen auf sie als erstachs gesetzt der anhaltende erfolg der bruderschaft sollte das wichtigste ziel für jedes ihrer mitglieder sein sie scheint ihren platz vergessen zu haben sie führt diese bande nicht an sondern ich wenn er nicht als selder bezeichnet wird warum nennt er sich dann selbst bande wenn sie nicht aufhört über zu reagieren muss ich sie durch jemanden ersetzen der gehorsam leisten kann ich muss noch mit jans kreuzung rettung und blickt dich unglaublich an komm nicht in frage glaubst du wirklich ich lasse jemanden passieren der mit den geschmieden sympathisiert damit er mich mit meinem feinden damit dass ich mit meinen feinen verbrüdern kann wer weiß welche pläne ihr schmieden würdet um eine autorität zu untergraben er schreckt ja vor dem brust du hast wirklich nerven schicksalsbinder zuerst wirfst du mich aus meinem zuhause und nun bist du wieder hinein damit wir eine noch größere bestrafung aussehen kannst da sprechen wir über was anderes warum ist dir die kreuzung so wichtig wir haben einen auftrag erhalten wir wir haben ihn ausgeführt was passiert dann du verjagst uns aus unserer heimat erdeutert mit nachdruck nach norden richtung glitians kreuzung diese stadt gehört nach jedem erdenklichen recht uns und plötzlich für kyros sie haben aber ich hole sie mir zurück ich weigere mich das einfach hinzunehmen wir haben die kreuzung jahrelang beschützt und haben sogar dafür gesorgt dass kyros truppen hier geschäfte machen können als der hat uns auftrug nein wir haben unseren auftrag erfüllt und dieses land gehört uns du sagst jetzt ihr tut es nicht um das geld des willen aber genau deswegen streitet ihr euch um latians kreuzung mir gefällt dein ton nicht und auch nicht die anspielung schicksalsbinder leid um uns augen sind hart und seine stimme kalt dies ist lediglich eine frage des prinzips wir haben einen dienst erbracht und wurden für diesen dienst bezahlt versucht nicht eine komplexe situation durch wortgewandtheit einfach abzutun das ist unser zuhause es ist mein zuhause es gehört mir sind niemand sonst wenn ihr nur gekommen seid um mich und die meint zu beleidigen dann solltet ihr wieder gehen wir unterhalten uns bald wieder ich hoffe sehr dass das nicht der fall ist so könnten wir sie jetzt vielleicht davon überzeugen dass sie ihre leute hier oben raushält groß schicksalsbinder du bist zurück wo ich kann ich helfen warum zwingt die reisende einen wegzoll zu bezahlen rettem und würde sagen weil weil es uns zusteht und ich wäre ein wenig geneigt ihm zu zustimmen aber wenn du nachhackst würde ich sagen weil sein stolz verletzt ist und der rache will er kann manchmal ein kleines kind sein sie liegt schnell zu ihren wachen sei nur vorsichtig in seiner näher es in letzter zeit nicht das selbst es ist beängstigend was aus ihm geworden ist hast du dein anführlich ein eid geschworen sollten ich wusste dass eure lojalität höchst wie an höchstbindenden verkauft wird aber ich hätte nicht gedacht dass es auch für verrat gilt retten uns pläckern so gesamten trupp dem untergang wein und ich habe vor das zu verhindern ich bin ja ja da bin ich bin jemanden ergeben der alles daran setzt mich von einer klippe zu führen brauchst du eine bruderschaft das hatte ich schon mal alles wie würdest du die bruderschaft führen ja gut das heißt viele möglichkeiten haben wir jetzt nicht bis immer auch hier schicksals bin ich habe ja gehofft du wärst weiter gezogen sag mir was du willst oder geh was ist an diesen leichen so wichtig sie gehören zu kyros armee und ich habe sie und haben sie vor sich zu zwei verliebt ans kreuzung entfernt er spuckt auf die nahegelegenste leiche machte eine option geste werde gut schlafen wenn sie alle tot und in der erde begraben ich werde gut schlafen wenn sie alle tot und in der erde begraben sind einen anderen platz haben sie nicht verdient aber wenn sie sich so aufteilen macht es das uns nur leichter wenn die bruderschaft sich beansprucht was rechtmäßig uns gehört wir wissen die ans kreuzung einnehmen reddemont zieht seinen kopf einen weg zurück und blickt die schräge an warum fragst du das er senkt die stimme zu einem flüstern wir wollen etwa meine strategie untergraben ja ich kann auch mal weg gehen was kann dieser bescheide diener der bruderschaft für dich tun schicksals bin und bitte mich nicht nicht passieren zu lassen denn das wird nicht geschehen wenn du den weg zwar nicht bezahlen möchtest kann ich dir gerne zeigen woher du gekommen bist falls du es allein nicht findest falls du es allein nicht findest denn ich kann dich nicht passieren lassen das wird nicht vergessen